Mojen, ich weiß nicht, ich habe ein Haus. Das ist ganz neu, ganz frisch gemacht. Das ist ein Haus, das liegt in einem rauischen Wohnkartier, also in einer Zonendrissisch, ein Feuerkummern, das tut ein großes Living, ein separat großes Küchen, wo ich noch keine Flur drangehessen kann. Es tut zwei ganz neue Wohnzimmern, hier ist ein großes Terrasse, du kannst nicht noch zu viel drobieren, aber du hast alles in der Reihe. Das Haus ist zusätzlich ein Garage neben dem Haus, mit einer direkten Achse ran an das Haus. Hier wird ein flottes Küchen, links geht ran an der große Living, ich meine, hier ran an das Küchen, da weiß ich nicht, da steht, dass in einer großen Küchen heute noch viel Platz hat, dass alles ein volles Gebäude hat, das ist auch anständig gemacht. Ja, voilà, hier ist ein Stoff, respektive auch Salamanger, die hat groß, hat noch viel Platz, eine Achse für ein Haus auf das Terrasse. Hier geht es auf den Keller, hier geht es an den Garage, respektive kann ich noch von der Garage aus heilen, da habe ich auf der Redschausssee, und hier wird ein Bootzimmer, ein flottes Bootzimmer, da das viel an der Ambiance Matholz gemacht wird, und natürlich noch ein flottes Dusch und ein WC-Suspondu, und das alles habe ich am Redschausssee. Ja, hier habe ich einen kleinen Büro hin, um einen hohen Platz zu benutzen. Ja, voilà, hier ist ein zweites Bootzimmer, das ist ein flottes Bootzimmer. An diesem Bootzimmer habe ich einen Biedern und ein flottes Italienisch Dusch, und hier haben wir den großen Lavabo. Und alles hat ein bisschen in einem flottes Stil, mit Holz gemacht, das ist mir ein warmes Bootzimmer, das gehört. Ja, und hier gehen die Rob dürfen, ob sie nur noch zwei flottes Zimmern haben, ich möchte einen gucken. Ja, hier sind wir am letzten Palje, den ist auch ganz ausgebaut, hier haben wir den Linkserrät flottes Zimmern, du kannst ihn als Zimmer benutzen, respektive auch als Büro. Ich möchte, hier haben wir alles auf, hier haben die Linkserrät ein Velux, die kann ihn noch dichter machen, an dem Raum, den das große, das ist oben bis oben hinten, auf der Dachspitze. Ja, das hat in einem Flotthaus ganz frisch gemacht, ganz renoviert, das hat ein großes Terras, das hat vier bis fünf Schlafkommaren mit verschiedenen Reisten, zwei Boots machen, einen mit einem Dusch, die anderen ein Dusch an den Bitten, mit großen Lavaboen, das ist in einem Gräbelthaus, ein schön großes Küchen mit einem großen Living, und hier haben wir am Anfang kein Abstand mit 3,40 Meter gesehen. Ich fand dann noch weiter und wenn wir da freuen, wo es, respektive, ob es in der Besahnung ist, da können wir da mal aufrufen, ob die 26, 51, 25, 23, da können wir ein Rendezvous ausmachen, können wir uns in der Zeitung auch gucken, weil da noch eine Information von der Building.lu, respektive am Tag sind immer dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Woche.